Jawoll! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Prototype 2. Scheiße. Ich meinte natürlich, ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Prototype 2. Ha! Das klang schon, glaube ich, besser. Jetzt wollen wir erstmal zu G. G. G wie Gehen. Moment. Nein, das ist Deutsch. Wir sind in Amerika. G wie... Game. Ha, ha, ha. So. Ach ja. Weit entfernt. Ihr habt nichts gesehen. Oh, guck mal, Autos. Aber irgendwie kommt mir das nicht so vor wie die großen Straßen von New York. Allerdings ist das hier, glaube ich, auch nur ein Vorort. Die richtige Stadt ist dort hinten. Jedenfalls sagt mir das mein Inst... Nein, da hinten ist die Stadt. Da, wo es so rot leuchtet. Eindeutig. Das heißt, wir sind bei einem Vorort von New York. Halt, stopp. Wo ist hier die Black Box? Wir gehen hier entlang und... Ja klar, das ist auch gar nicht offensichtlich. Überhaupt nicht. Nein, nein. Unsere Augen haben rot geblitzt. Oh, nicht schlecht. Ma'am, stehe klar auf der Tür. Ich schaue meinen Freund. Er war gerade hier. Ma'am, diese Umgebung ist aus dem Limit. Stehe klar oder ich werde Feuer werden. Was? Aber ich... Und schon wieder Maschinengewehrgeräusche. Ha! Haben wir sie vermisst? Ja. Mit Kollateralschaden. Es scheint so gut, um wahr zu sein. Die Black Watch will ein Heilmittel gegen das Mörsa-Virus freisetzen. Hm. Commander Gallagher, this is Red Crown. Infective forces have control of the bridges leading to the red zone. Interrogative. Is the white light ready to deploy? Over. Roger that, Red Crown. We have white light canisters on the ready. We'll clear the way. Over. Still got a bad feeling about this white light. White light. Weißes Licht. Was hat es nur damit auf sich? Na. Na. Oh. So. Da bleibst du jetzt stehen. Klar. Da hinten. Ich hab's ganz genau gesehen. Aus dem Weg. Hm. Nochmal. Jo. Das ist der richtige Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg führt 90 Grad nach oben. Guten Abend. Und Tiffes. Ihr habt mich gar nicht bemerkt. Wie geil. So. Ah. Dort befindest du dich also. Kann ich mich verwandeln? Jawohl. Das ist er. Das ist er. Red Crown. This is Commander Gallagher. White Light has been deployed at Grid 07. Testing for trace release now. Copy Gallagher. Complete testing and proceed to Grid 08. Over. Roger that, Red Crown. 111. Was zur... You should know better than to try shit like that on family. Huh. Figured I'd run into one of you. Schon wieder so einer. Oh. Gut ausgewichen. Komm schon. Ich bin schneller als du es jemand sein wirst. Hm. Auch wenn du etwas schneller bist als ich. Komm schon. Gallagher wird angegriffen. Red Crown be advised. Both targets are on the street now. Both targets have dropped to street level. Say again. Targets have dropped to street level. Huh. Komm nur her. Du wirst nicht von mir davon laufen können. You're not better than these humans. Was zur Hölle. Alex Mercer does not tolerate Disobedience. And neither do I. Du hast keine Ahnung. Raketenwerfer. Reißen Sie den Raketenwerfer ab. Springen Sie mit Leer auf den Helikopter zu. Huh. Reißen Sie den Raketenwerfer ab. Greifen Sie mit eh den Helikopter. Na. Ich werde mir diese Waffe krallen. Huah. Das wird ein Spaß. Wenn ich dich finden würde. Bye bye. Ui. Es war so klar, dass er das überlebt. Power Ranger. Tut mir leid. Das musste jetzt sein. Du hast nicht das Recht. Werde ich nicht. Wirst du nicht. Da bin ich mir sicher. Hey. Also ich wollte hier eigentlich einen epischen Kampf machen und kein Nix da. Hey. Du bist ganz schön stark. Würde ich mal sagen. Komm nur her. Ha ha ha. So nicht. Hab ich dich. Huah. Und das war's mit dir. Ich habe keine Ahnung, was du im Mittal bist. Geht deine Daten. So you're saying the white light can mutate? No. No. It's highly mutable. It doesn't change on its own. But we can change it. Alright. Into what? You're not getting what I'm saying. It doesn't change into other things. But it can take on additional properties. Do things in addition to what was designed. So you're saying we can give it what? New side effects? Sure. Yes. That's exactly what I'm saying. Forscher. Verrückte Forscher. Ich hab ein Schwert. Ja. Ich mag Schwerter. Was soll das werden, hä? Ihr wollt euch wirklich mit mir anlegen? Halten Sie, linke Maustaste, für einen Tornadoangriff. Oh, ich mag das Schwert jetzt schon. Na, kommt doch. Die Haltung ist eindeutig besser als die von Alex Mercer. Die Haltung ist eindeutig besser als die von Alex Mercer. Oh Gott! Tja. Damit haben wir eine hübsche neue Waffe. Ich glaub, das wird meine neue Lieblingswaffe. Eieieiei. Vater, der Kommandant von dem White Light Program. Es ist so, dass er einer von Mercerin entwickelt hat. Evolved? Was wollen sie mit der Kür für das Virus? Keine Ahnung. Das eine, die die infektenen und die Mercerin beschützen kann, macht nicht Sinn. Wir müssen das alles herausfinden, bevor es zu früh ist. Tja, das müssen wir wohl machen. Dann gehen wir mal ganz schnell da hinten. Moment, 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 Moment. Ich sehe dort etwas. Etwas, was wir einsaugen können. Einige wichtige Gedanken. Na? Wunderlich? Es überrascht mich nicht, dass ihr verwundert seid. Du wirst lecker schmecken. Gib deine Daten. Hahaha. Daten über mich also. Interessant. Wichtige Blackwatch im G-Tech-Fracht ist erreichbar. Stehen Sie sie schnell. Oh ja, das wäre... Du! Hm. Entführen wir mal. Komm da raus, du! Hallo! Das war ja mal ziemlich Standard. Ausgewichen. Bye, bye! Hey! Moment. Naja, machen wir das anders. Huuu! Er kann jetzt schon die Attacke. Wie geil ist das denn? Niemals! Ihr besiegt euch gerade nicht selber. Ist euch das bewusst? Nee, nee, nee. So nicht. Wow. Huuu! Also es ist etwas schwerer, mit dem Schwer zu treffen. Aber es liegt daran, dass ich gerade dieses... Ding hier ausgewählt habe. Moment. Äh. Komm nur! Hey! Aua! Huuu! Zwei Hälften. Ach, ich mag's. Bye, bye! Lauf davon, solange du noch kannst. Und hier haben wir das kleine Schmuckiding. Wie, Zuge verweigert? Deine Mutter ist verweigert. So, jetzt aber. Aua. Und da können wir uns auch gleich wieder zurückverwandeln. Na! Aua. Böses Bübchen. Raus! Aua. So. Aua. Nix da. Dich halte ich jetzt fest. So sieht's aus. Und die Daten will ich von dir. Ich will die Daten. Dankeschön. Das war cool. Krankenvermesser. So muss das sein. Habe ich jetzt alles um mich herum getötet? Nein? Schade. Aber ich hab hier komische Kranken gelassen. Geh weg. Moment. Ich will das nicht so. Ich will Kling auf links haben. Huuuua. Haha. Oh oh. Au. Geh bloß weg. Komisch wandernd umher. So lautet es. Er läuft den Weg entlang. Nichts ahnen zu wissen, was ihm sagt. Moment. Äh. Halt. Äh. Komm. Machen wir den Autor kaputt. Wir haben noch nichts besseres zu tun hier. Komm nur. Hä? Warum nicht? Ach, wir können das gar nicht nehmen. Super. Wo bist du? Ach, da. Das brennende Stift. Kaputtes Ding. Haha. Können wir das Ding nicht steuern? Anscheinend noch nicht. Noch nicht. Aber bald ist es uns gegönnt. Was? 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 Ein Commander. Huuuua. Huuuua. Und ihr lauft nicht davon. Hey. Bleib stehen. Gut ausgewichen. Bye bye. Das nenne ich mal einen Schnitt. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Fertigkeit, die wir dort freischalten können? Was ist das denn? Ein Bau. Na, da gehen wir doch mal rein. Was ist das? Das ist nicht der Bau. Das ist der Bau. Die tun gar nichts. Auch nicht schlecht. Na gut. Gehen wir mal hier rein. Huuuua. Rein da. Ob's in so'n Bau stinkt? Ob diese Substanz überhaupt stinkt? Hm. Sieht jedenfalls danach raus. Aber du gibst... Oh nein, nein, nein. So nicht, du die Köche. Und dann nehm ich dich... Ey. Was sollte das, hä? Nix da. Haha. So. Da hinkt nur noch ein Erbchen. Wie jetzt? Du lebst noch. Weg mit dir. Huua. Bah. Ach. Um die brauchen wir uns nicht kümmern. Aber um den. Genau um den. Hey. Aber du gibst mir auch noch besondere Daten. Und ich kann dir ein Arm abhacken. Und dann den anderen. Und dann lässt du mich nicht in Ruhe. Nix da. Aus. Böses Ding. Na. Gib deine Daten her. Ich brauche sie. Dankeschön. Huua. Danke. Den Weg brauchte ich. Oh mein Gott. Ich glaube das wird jetzt ihr einiges mehr an Gegner. Aber. Davon lassen wir uns nicht beirren. Bevor du ausbrichst. Naja. Davon.